Lauferein Heu Die Arten Lauferein Die Lauferein Schick Wetter 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 Das ist das Beste, man. Gea! 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 Bravo, bravo, bravo! Gea! 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 Hier! 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 Es ist nicht! Auf! Steig! Es ist nicht! Hier! Hier! Das hat schon den Dornil im Kopf. Hier! 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 Wir haben schon etwas Mühe mit diesen Distanzen. Hier! 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 Es gibt einen Null. Bravo! Da musst du noch aufpassen mit Schläge stellen. da oh schade Er war zu hoch, er stand mit ihm an. Er stand mit ihm ein wenig fest. Jetzt bin ich gespart. Eben, genau, einmal das Böcke. Die hat nicht unser Schilie an. Pfui, Pfui, doppelt Pfui. Auf. Gegendrüllen, gegendrüllen. Genau, und jetzt? Ziehen, ziehen. Ziehen. Das, ja, das kann ich wahrscheinlich nicht. Jetzt, ein Change. Muss ich auch aufpassen beim Lissi. Genau. Warte, warte. Ja, es ist zu früh los. Ja, und sie sagt auch nichts damit tun. Ja, aber jetzt ist es zu früh losgelaufen. Es reicht ja, er hat ja längere Wege. Geht es nicht? Jetzt macht er es, was ich kann. Genau das habe ich gesehen. Jetzt so, und jetzt rückwärts. So. Oh nein, schau mal. Ja gut, er kann das mit ihm. Jetzt hochgedrücken. Du kannst machen, was du willst. Also beim Lissi spielt das keine Rolle. Nein, ich würde keinen Blinden. Ja gut, also. Jetzt gegendrüllen. Jawohl. Jetzt wird das genau so gemacht, wenn ich meine. Es gibt einen Nuller. Das gibt einen Nuller. Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Genau, jetzt kann... genau so. Weisst du, du kannst mit der Dreieck die Tempo machen. Und jetzt rückwärts, rüber. Ja da ist auch ... Nein, nein, nein. Es war zu spät, dass sie zu spät war. Die warten, ich glaube es nicht. Sehr gut, super, schön, schön. Ja, du darfst nicht nach vorne laufen. Jetzt mach weiter. Weiter, 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 weiter. Schmeiss deine Stange, wenn du nicht läufst. Oh jetzt, Slalom. Jetzt gegen die Rülle. Ja, schau, es geht. Oh, jetzt nochmal. Ja, schau. Ich bin gerade noch zu hoch bezieht. Jawohl, jetzt geht es runter. Lauf, lauf. Bitte lauf. Jetzt hast du recht. Aha, jetzt sieht es. Lauf, fettig laufen, fettig laufen, fettig laufen. Jetzt macht es sich zuerst. Das sollte ich beim ersten Mal schon. Und sie weiss nicht mehr, oder wo. Mach weiter. Weiter. Jetzt hat sie aufgefallen. Das Trüllen ist sicher nicht gut gewesen. So, jetzt schicken wechseln, ja. Jetzt ist er dran, jetzt geht's. Hat er es schon gezeigt? Hat er eine Fehler gezeigt. Jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Ja, jetzt rüber. 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 Oh nein, da will die Schweine kommen. Jetzt kommt es, jetzt kommt es. Jetzt kommt es, jetzt kommt es. Gut. Gut. Musik 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 Jetzt habe ich am Dienstag trainiert mit etwas gegen mich. Musik 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 WDR mediagroup GmbH Ski Bravo, bravo Bravo, bravo, bravo!